Und damit wünsche ich euch echt herzlich willkommen hier zur nächsten Folge der For Me X-Collect der Top 3 Folge 2024er Sticker Serie im Let's Collect, im Softcover. Was habe ich hier gelabert, Jungs und Mädels? Was laber ich hier? Softcover Let's Collect. Ganz easy, Abfahrt. Und wir starten mit dem Tops Shiny. Ihr seht, es ist nicht normaler Shiny, sondern es ist der Tops Shiny Hurricane. Klebe ich trotzdem ein, sollte ich ihn noch nicht haben. Kroatien, Ukraine, Portugal, Belgien und Frankreich. So, komm bitte Gold. Gold ist ist gewollt, Israel. Was ist das? England-Gruppe, Schottland, Stadion, wichtig. Hestland und Luxemburg. Tschechien, Spanien, Schweiz, Tschechien, Slowakei und die Frankreich-Gruppe. Slowakei war eh. So, bitte Gold. Was ist das denn jetzt? Das hatte ich auch noch nicht. Also, ich habe schon so viele Stickerpäckchen geöffnet, aber das hatte ich auch noch nicht. Ich hatte gerade ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht ein Numerita-Sticker ist. Das ist Legende und das kostet das Türkei-Logo dahinter. Ariemi, Dänemark, Rumänien und Slowenien. Schade. Das ist ein geiler Sticker. Das ist ein geiler Purple-Sticker. Klebe ich den hier ein, dann habe ich einen Purple-Sticker und dann kommt das nochmal. Ich glaube, ich werde ihn nicht einkleben, Jungs und Mädels. Tut mir leid. Kroatien, Ungarn, Türkei, Kasachstan, Austria. Alaba, Albanien. Nächster Deutsche. Emre Can. Sehr nice. Slowenien und Slowakei. Zack und zack. Ist das die Reihenfolge für heute? Ups. So, wir starten mit dem VfB Stuttgart quasi, beziehungsweise das Stadion von Stuttgart oder aus Stuttgart in Stuttgart. Die Mercedes-Benz Arena müsste es sein. Emre Can. Da hat natürlich Tops Glück gehabt, dass Emre Can noch hier nach nominiert worden ist und er jetzt auch hier eines der wenigen Sticker ist oder Spieler ist, der wirklich in der deutschen Nationalmannschaft dann drin oder nominiert war und mitgemacht hat. Karim Adi Yemi, weil, seien wir mal ehrlich, das hat so ein bisschen das Feeling auch rausgenommen, finde ich. Die Sticker so mit noch mehr Elan zu sammeln. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe gerne die Sticker gesammelt, so ist es nicht, aber der Kader war halt schon so ein bisschen Hype-nehmend, finde ich. Ich denke mal, das kann ich ja hier noch sehr offen und ehrlich meine Meinung. Ja, Jack Henry, zack. Dann Ungarn mit der 4. Zack. Dann Schweiz mit der 21. Noah Okafor. Und dann sind wir schon wieder in der nächsten Group. Bei den Spaniern. Bei Pedro Barro. Mit der 6. So viele Sticker fehlen ehrlicherweise nicht mehr. Guckt euch mal an. Die Seiten sind sehr, sehr voll und werden jetzt immer mehr Völler. Aber nicht zu vergleichen mit Rudi Völler. Ja, Substanisic mit der 5. Bin ich auch gespannt, wie er sich jetzt macht bei den Bayern dann. Er wird ja jetzt wieder zurückkehren zu den Münchnern. Bei Leverkusen ein Top-Mann gewesen. Mal gucken. Ich hoffe, dass er bei Bayern genauso stark sein kann, wie bei Leverkusen. Würde ich ihm auf jeden Fall gönnen. So. Be C. Jawohl. Zack. Dann Slowenen 21 und 4. Habe ich beide noch nicht. Der ist einfach Timmy Max Elsnick, Junge. Timmy Max. Einfach ein Slowenen, der mit Vornamen Timmy Max heißt. Ja, moin. Yusuf Paulsen. Und England. Harry Kane habe ich schon. Okay, umso besser. Das ist das Tops Harry Kane. Topsi Mopsi. So, und dann sind wir doch bei den Österreichern. Beziehungsweise erst hier Gruppe D. Zack. Der ist natürlich ein bisschen bitter, aber ist eigentlich akkurat dran. Der Sticker wurde halt wieder ein bisschen... Hier unten, die Länderüberschneidung ist perfekt. Hier oben auch, bei Island. Aber dann ist halt der weiße Strich hier. Also der Sticker wurde halt wieder nicht so akkurat gedruckt, leider. So, ist das Sehenswürdigkeit von Slowakei, ist aber nicht hier, ist nächste Gruppe. Österreich, Allabarchen. Und Kevin Danso. Jawoll. Dann noch Kalulu und dann sind wir schon wieder in der nächsten Gruppe. Gruppe E müsste das dann schon sein. Und dann war die Sehenswürdigkeit von der Slowakei und somit jetzt komplett. Der ist auch wieder nicht oben und unten akkurat, ist aber perfekt mit dem roten Strich. Aber ist jetzt hier nicht so schlimm, wie es davor aussah. 12 Belgien, jawoll, oben rechts in der Ecke. Zack. Dann Robert Mack mit der 20. Rumänien mit der 20. Israel-Logo ist doppelt. Ich fasse es nicht. Ist das alles die letzte Gruppe? Junge, Alter, was geht denn in der letzten Gruppe ab hier? Niemand hier. Ja, Türkei. Ah doch, ich muss doch nochmal nach vorne. Türkei-Logo. Dann muss ich nach vorne zu zu Orkun. Orkun Kokcü. Dann habe ich den Torhüter noch, Gynok. Guckt euch mal an, Türkei hier fast komplett. Was geht denn ab? Aua. Und zwölf und dreizehn, richtig. So. Kasachstan, Kasachstan, Kasachstan. Hier. Acht und neun. Das heißt, es fehlen nur noch zwei Sticker aus Kasachstan. Oder von Kasachstan. Zack. Dann Portugal. Ist vielleicht Ukraine irgendwo übersprungen. Leider. Ich muss gleich nochmal zurückblättern. Oder beziehungsweise jetzt zurückblättern. Ukraine. Wo waren die denn? Jetzt war es. Gruppe davor. Habe ich sogar doppelt. Als hätte ich es geahnt. Oder als hätte ich es gerochen. So. Bub. Und Alex Krahl noch. Und dann noch Fernando Torres als Legend. Und dann war es das mit der heutigen Folge. Torres ist auch noch nicht drin. Sehr gut. Legend Nummer eins. Bub. Und dann war es das mit der heutigen Folge, Jungs und Mädels. Lasst ein Like, lasst ein Abo da ab. Ich bedanke mich. Und haut rein. Tschüss.